Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich ein kleines, feines, schickes, schnuckeliges Schmecktutorial machen, wie auch immer. Und zwar geht es um die Essence The Rose Edition Eyeshadow Palette. Die ist relativ neu im Sortiment, hatte ich jetzt in der Glossy Box Young und die möchte ich mit dir zusammen in diesem Video einmal testen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Natürlich habe ich mal wieder meine Nitschern-Base vergessen aufzutragen, die ich nun schnell auftrage. Alle Produkte, die sich in meinem Gesicht befinden, sind unten in der Infobox verlinkt. Kannst du gerne mal vorbeischauen, wenn du möchtest. Also alles, was ich jetzt auch quasi schon vorher verwendet habe, von meiner Base her und so weiter. Und ja, ich habe gleich einen Termin über Hangouts tatsächlich. Und das ist so ein Videoanruf und da wollte ich mich jetzt einfach ein bisschen schick für machen. und euch da einfach mal mitnehmen, dass ihr euch das angucken könnt. Beziehungsweise, ja, dass ihr euch das angucken könnt, wie ich mich mit der Palette schminke. Ich habe mir mal so einen ganz simplen Look damit geschminkt. Also wirklich nur mit zwei, drei Farben oder so davon. Noch nicht wirklich viel, ne? Dieses Rot habe ich auch da drin verwendet. Das ging ruckizuck. Also das war relativ simpel. Ich nehme hier auch einen Spiegel. Den lege ich mich hier oben rein, weil hier ist ja kein Spiegel in der Palette drin. Dann hole ich dich ein Stückchen näher ran und dann legen wir los. Mit diesem Ton werde ich jetzt mal meine Lidschatten Base setten. Die Töne in der Palette haben enorm viel Kickback. Also die krümeln richtig doll. Und wenn man die nicht ordentlich abklopft, haben die auch richtig viel Fallout. Da muss man halt aufpassen. Aber es ist einfach eine Palette und das darf man einfach nicht vergessen, die ich glaube vier Euro oder so kostet. Und da sind meine Ansprüche an die Palette jetzt auch nicht riesengroß. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie einen Ultra-Look mit kreieren können. Schön wär's. Das war eine Erinnerung auf meinem Handy. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Deswegen, ne? Also erwarte ich jetzt auch nicht, dass ich da einen mega heftigen Look mit kriege. Als nächstes gehe ich in den Ton, der sich daneben befindet und nehme einfach den gleichen riesengroßen fluffigen Blendepinsel, den ich jetzt auch habe. Und kreiere mir eine softe Lidfalte. Wirklich ganz, ganz soft. Wichtig ist hierbei wirklich, dass du das immer wieder abklopfst, weil du ansonsten richtig viel Fallout bekommst. Das habe ich beim ersten Benutzen der Palette halt direkt bemerkt. Das ist nicht einfach. Der nächste Pinsel, den ich verwende, ist so ein etwas fluffiger Smudgerpinsel. Und da gehe ich in diesen Ton. Auch das ist ein matter Ton. Da gehe ich vorsichtig rein. Ich klopfe den ab und setze mir den halt wirklich hier außen hin und bastel mir damit einfach so ein V. Das gibt jetzt so einen ganz leichten Schatten einfach nur auf dem Auge, weil ich auch nur ganz soft reingegangen bin. Kann man auch vertiefen, indem man das einfach nochmal aufnimmt. Ich bin da nur zweimal reingedippt. Baue das jetzt auf. Also entweder wirklich ganz wenig Farbe aufnehmen oder ganz ordentlich abklopfen. Und hier ist es einfach wichtig, dadurch, dass ich ein Schlupflid habe, dass ich relativ gerade in den Spiegel reingucke, damit ich halt auch genau da treffe, wo ich hin will. Denn auch wenn es ein softer Look ist, kann er fleckig werden. Und das wollen wir nicht. Als nächstes nehme ich mir diesen schimmernden Rosaton mit dem Finger auf. Aufpassen, denn er ist sehr gut pigmentiert. Es ist heftig. Also ich meine, wir reden hier von einer 4 Euro Palette von Essence. Also das ist krass. Den packe ich hier auf mein Zentrum schon mal. Das ist so eine heftige Strahlkraft und so viel Pigment. Das ist schon krass. Diesen roten Schimmerton gebe ich mir mit dem Finger nach außen hin. Und nicht wundern, das Feintuning kommt gleich noch. Ich wollte das nur, boah, guck mal, nur einmal raufgetippt, ne? Ich wollte das nur einmal mit den Fingern vorbereiten. Danach erst soft mit Pinseln, ausblenden, verfeinern und so weiter. Weil du kriegst die Farben einfach besser mit dem Finger aufs Lid. Aber wenn es dann ums Verfeinern geht, brauchst du Pinseln. Also ich, ich habe echt Riesenfinger, Leute. In den Innenwinkel gebe ich mir diesen Ton auch mit dem Finger. Da muss jetzt aber der kleine Finger her, weil alle anderen sind einfach viel zu groß. Und jetzt brauche ich einen Pinsel, um das Ganze zu verfeinern und so ein bisschen nicht so plakativ aussehen zu lassen. Dann nehme ich mir einfach so einen Lidschattenpinsel und gehe dann nach und nach nochmal in die Farben rein. Ich beginne tatsächlich mit dem Farbton in der Mitte. Und ziehe mir den dann auch so ein bisschen in das Dunkelrot mit rein. Damit der Übergang da ein bisschen hübscher wird, ne? Dann nehme ich mir den dunkelroten Ton ebenfalls auf den Pinsel. Ach, den klopfe ich aber vorsichtshalber ein bisschen ab, weil der hat, glaube ich, ein bisschen Fallout. Jedenfalls sehe ich das schon unter meinem Auge. Den Pinsel mache ich an dem Handtuch, was neben mir liegt, ein bisschen sauber. Und gehe dann in den Ton, den ich auch in meinem Innenwinkel aufgeben möchte, beziehungsweise der auch schon im inneren Drittel ist. Was mich bei der Palette so ein bisschen stört, ist, dass die Töne viel zu nah beieinander liegen. Also da musst du wirklich auch mit kleineren Pinseln arbeiten. Du kannst da nicht zu sehr drin rumrühren, was ich normalerweise eigentlich auch ganz gerne in Paletten mache. Den Ton gebe ich mir auch unter meine Augenbraue. Weil wenn du zu sehr drin rumrührst, dann kommst du halt auch schnell einfach in die nächstgelegene Farbe. Das will man nicht. Mit diesem Blendepinsel von eben gehe ich nochmal in die Lidfalte, um die ein bisschen ohne neu aufgenommene Farbe auszublenden. Wenn man mag, kann man hier auch noch ein bisschen Farbe aufgeben. Ich versuche jetzt einfach hier die Farben erstmal ein bisschen auszusoften. Guck mir das an. Ja, das geht auf jeden Fall klar. Und dann nehme ich diesen ganz schmalen Pinsel nochmal, mit dem ich ja eben die Töne... Oh, warte mal. Erstmal mache ich hier meinen Fallout weg. Das muss zuallererst sein. Und dann nehme ich mir den Pinsel, den ich eben schon genommen habe, um die Schimmertöne aufzutragen und gehe hier in den aller, aller dunkelsten Ton ganz außen und dippe dann nur ganz, ganz vorsichtig rein. Zweimal habe ich da jetzt reingedippt. Und dann setze ich mir das an den unteren Wimpernkranz. Das setze ich auch ganz, ganz dicht dran. Und baue den lieber auf, als dass ich zu viel nehme und dann Fallout riskieren würde. Hier oben noch ein bisschen verblenden. So soll das dann aussehen. Jo, so sieht das Ganze dann ohne Mascara und ohne Eyeliner aus. Ich finde, dafür, dass die Palette halt wirklich so, so günstig war, kann man da echt nicht meckern, oder? Vielleicht noch ein bisschen was von diesem Taube-Ton, den ich eben schon hatte, in der Lidfalte. Aber auch, dass nur ganz sanft, sonft, soft und sanft in einem läuft. Um die Lidfalte einfach noch ein kleines bisschen mehr zu definieren. Und dann mache ich jetzt mal den Feinschliff mit Eyeliner und Mascara. Ja, und zusammen mit Eyeliner, Mascara und einem Lipgloss, wie gesagt, alles in der Infobox verlinkt, ist der Look jetzt fertig. Ich muss sagen, es ging wirklich schnell, es ging einfach und es ist einfach ein tragbarer Alltagslook. Mir gefällt die Palette, so leid es mir tut. Von der Qualität her sogar besser als die Too Faced Sweet Peach Palette, mit der ich mich gestern eigentlich geschminkt habe. Also die Videos kommen ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber das ist wahrscheinlich vorher gekommen. Ich weiß es nicht. Ich komme nicht mehr klar mit meiner ganzen Videoplanerei hier. Auf jeden Fall, mega die Empfehlung, Leute. Ich meine, du kannst dir da so einen Look mit schminken. Du kannst dir da auch einen sehr dezenten Look mit schminken, wenn du mehr dieses dunkliche Außen benutzt, was ich ja für unten an den unteren Wimpernkranz verwendet habe. Wenn du das mehr oben mit reingibst, kannst du das Ganze auch sehr smoky schminken. Ich fühle mich einfach jetzt wohl. Das ist einfach ein tragbarer Alltagslook. Und ja, so viel dazu. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Denn ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!